Der Prolog von Orit vom 4. September Gedenken Der heilige Hieromer Tyra Babilas Dieser große und wundervolle Mensch, wenn man ihn überhaupt noch als Mensch bezeichnen kann, wie ihn der heilige Johannes Christosdomos nennt, war Erzbischof von Antiochia zur Zeit des boshaften Kaisers Numerian. Furchtlos trat er vor den Kaiser, der gerade den kleinen Sohn des Königs von Persien, der ihm als Friedenspfand anvertraut war, den Dämonen geopfert hatte und hinderte ihn am Betreten der Kirche. Aus Rache dafür, dass sich Babilas weder durch Schmeicheleien noch durch Drohungen zum Götzendienst überreden ließ, ließ ihn der Kaiser mit schweren Ketten fesseln und durch die ganze Stadt führen und dann ins Gefängnis werfen. Es wurden auch drei Kinder, Urban, Prilidian und Apollonius, in seinem Beisein gefoltert und getötet, während er ihnen Mut zusprach. Danach wurde er selbst enthauptet. Der heilige Prophet Moses, der Gottseher, war ein großer Volksführer und Israels Gesetzgeber. Er wurde in Ägypten ungefähr im Jahr 1550 v. Chr. geboren. 14 Jahre lang lebte er am Hof des Pharao. 40 Jahre lang lebte er als Hürde in Betrachtung Gottes und der Welt. Und die übrigen 40 Jahre führte er das Volk durch die Wüste in das verheißene Land. Er sah das verheißene Land, doch es war ihm nicht gestattet einzutreten, da er gegen Gott gesündigt hatte. Numerie 20, 12 Moses entschlief im Alter von 120 Jahren. Als Wundertäter war er eine Vorabbildung Christi gemäß dem heiligen Vassilius dem Großen. Er erschien aus der anderen Welt auf dem Berg Tabor bei der Transfiguration des Herrn. Gemäß dem Zeugnis des heiligen Johannes Klimakos erschien er auch den Mönchen des Sinai-Klosters. Die heiligen Märtyrer Marcellus und Cassian. Kaiser Maximian erließ einmal den Befehl an alle seine Soldaten, den Götzen Opfer darzubringen. Marcellus war zu jener Zeit ein Soldat und Cassian war ein Notar, Sekretär. Marcellus, ein Christ, erklärte, wenn die militärische Berufung verbunden ist mit dem Darbringen von Götzen Opfern, dann kann ich kein Soldat sein. Er nahm seinen Soldatenwürfgürtel ab und warf ihn beiseite. Sofort wurde er zum Tode verurteilt. Cassians Pflicht bestand darin, Marcellus Todesurteil niederzuschreiben, doch er weigerte sich. Sie wurden zusammen enthauptet und ihre Seelen nahmen Wohnung im Reich des Himmels. Lobeshymne Der heilige Hieromärtyrer Babilas Vor den Toren des heiligen Tempels stand mutig der wunderbare Hürde. Der blutige Kaiser wollte eintreten, doch der Hürde ließ ihn nicht hinein. Du weißt nichts vom wahren Gott. Du wirfst dich nieder vor den Götzen. Was hast du, übler Heide zu suchen unter rechtgläubigen Christen? Der starrsinnige Kaiser griff zu Gewalt und fesselte Babilas in Ketten. Doch den Kaiser anlächelnd verherrlichte Babilas seinen Herrn. Höhnisch sagte der Kaiser zum Heiligen, siehe, diese Ketten stehen dir gut, genau deiner Größe verachtenswerter Alter, genau als wären sie für dich geschmiedet. So sprach der Kaiser und der Heilige schwieg. Und Babilas erwiderte dem Kaiser, ich schwöre dir, dass dieses Eisen kostbarer für mich ist als Gold. Diese Ketten haben mehr Wert als dein königliches Diadem. O Kaiser, ich schätze sie mehr als dein ganzes Reich. Ich trage diese Ketten für Christus, sie sind der Preis meiner Freiheit. Denn ich werde in der Ewigkeit wohnen und durch diese Ketten werde ich dort eintreten. Betrachtung Die Kraft der Heiligen ist nach ihrem Tod viel stärker als zu Lebzeiten. Deshalb hat uns Gott die Reliquien der Heiligen hinterlassen, sagt der heilige Johannes Chrysostomos in einer unvergleichlichen Predigt über den heiligen Babilas. Babilas wurde in Antiochia beerdigt. Zu jener Zeit regierte der Kaiser Gallius, der Bruder Julians des Apostaten, gemeinsam mit Konstantius, Konstantins Sohn. Durch ein Gefühl von Verehrung gedrängt, brachte Gallius die Reliquien des heiligen Babilas an den Stadtrand von Daphne, baute eine kleine Kirche und legte dort die Reliquien nieder. Dort gab es auch den berühmten Tempel des Apollo in Daphne, errichtet auf der Stelle, an der sich gemäß einer heidnischen Legende ein junges Mädchen in einen Baum verwandelte. Daphne Lorbeer Um sich vor dem Gott Apollo zu retten, der ihr mit unbezwinglicher Begierde nachstellte. Ein großes Standbild des Apollo befand sich dort und es war dafür bekannt, dass es allen, die es befragten, die Zukunft verkündete. Von der Zeit an, als Babilas Reliquien in der Nähe des Tempels begraben waren, schwieg der Dämon in dem Götzenbild und hörte auf zu prophezeien. Als Kaiser Julian der Apostat später seinen katastrophalen Krieg gegen die Perser begann, kam er zu diesem Tempel, um den Götzen über dessen Ergebnis zu befragen. Der Götze antwortete scheu, dass er keine klare Antwort geben könne, wegen des Toten, der in der Nähe beigesetzt sei. Dies bezog sich auf Babilas. Die Anwesenheit seines Leibes hatte den Dämon zum Verstummen gebracht. Julian ordnete an, dass Babilas Reliquien nach Antiochia zurückzubringen seien. Sobald die Reliquien des Märtyrers entfernt waren, fiel Feuer vom Himmel und verzerrte den Tempel des Apollo, wobei es ihn für alle Zeiten zerstörte. Julian zog gegen die Perser und erlitt einen schrecklichen Tod als Strafe für sein gotteslästerliches Leben. Solcher Art war die Kraft des Märtyrers Christi nach seinem Tod. Er brachte Dämonen zum Verstummen und rief Feuer vom Himmel herab, um den Götzentempel zu zerstören, und der gottlose, abtrünnige Kaiser wurde durch einen schändlichen Tod bestraft. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie Gott David für seine Sünden bestraft. 2. Samuel, Kapitel 15 Wie Absalom, Davids Sohn, einen Aufstand gegen seinen Vater anzettelte. Wie David aus Jerusalem vor seinem Sohn floh, barfuß einherging und weinte. Homilie Über die Verwandlung von Wasser in Wein Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Johannes 2, Vers 11 Unser Gott ist allmächtig, und seine Macht ist grenzenlos und unbeschreiblich. Durch sein Wort schuf er alles, was geschaffen wurde. Durch Gottes Wort wurden die Himmel geschaffen. Psalm 33, Vers 6 Durch sein Wort erschafft er die Leiber der Menschen. Durch das Wort des Herrn wird die leblose Erde in die Körper von Menschen, Tieren und Pflanzen verwandelt. Durch das Wort Gottes verwandelt sich fließendes Wasser in Dampf und Dampf in Eis und Schnee. Durch dasselbe Wort wird das Wasser im Weinstock in Wein verwandelt, der das Menschenherz erfreut. Psalm 103, Vers 15 Ist es dann seltsam, dass das Wort Gottes inkarniert als Christus unser Herr in Kana Wasser in Wein verwandelt hat? Für uns Menschen durch die Sünde verdunkelt ist es ein großes Wunder. Für unsere Natur, geschwächt durch die Sünde, ist es ein unerreichbares Wunder. Doch ist es nicht für den Schöpfer eine normale Tätigkeit Wunder zu vollbringen? Als die Diener die großen Fässer mit Wasser gefüllt hatten, sagte der Herr Jesus Christus zu ihnen, Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Er sagte nicht, das Wasser soll jetzt zu Wein werden. Er dachte es nur, und Gottes Gedanke hatte dieselbe Macht wie sein Wort. Warum heißt es, dies sei das erste Zeichen der Anfang der Wundertaten gewesen, da doch der Herr offenkundig viele andere Wunder vor diesem vollbracht hatte? Weil, meine Brüder, die Verwandlung von Wasser in Wein ein grundlegendes Wunder war, das innere Wesen aller seiner Wundertaten. Die menschliche Natur war verwässert und musste in Wein verwandelt werden. Der göttliche Funken im Menschen war erloschen und musste wieder entfacht werden. Krankheit ist wie Wasser, Gesundheit ist wie Wein. Unreinheit durch böse Geister ist wie Wasser, Reinheit ist wie Wein. Der Tod ist wie Wasser, das Leben ist wie Wein. Wenn auch immer der Herr die Kranken heilte, die Unreinen reinigte, die Toten auferweckte oder die Irrenden erleuchtete, verwandelte er Wasser in Wein. O Herr, unser Gott, der du auf wundersame Weise Wasser in Wein verwandelst, bringe deine göttliche Flamme zu unserem verloschenen Feuer. Verwandle das Wasser unseres Wesens in göttlichen Wein, damit wir werden wie du bist und so geworden in deinem unsterblichen Reich mit deinen herrlichen Engeln leben können. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.